So, dann wollen wir mal gemeinsam das Thema angehen, wie man bei unserem M-Auto die Parkposition mit einlegt. Wenn wir uns das genauer mal anschauen, da findet man keine P-Parkposition, wie man es vielleicht gewohnt ist von einem Automatikgetriebe. Hintergrund dafür ist so von der Konzeption, wir wollen uns anlehnen an einem normalen Schaltgetriebe. Wenn man sich daran erinnert, wenn man da stehen bleibt, da gibt es meistens auch am Wählhebel kein P. Auch hier in unserem M-Modell ist es so, das heißt für Sie dann, wenn Sie stehen bleiben, müssen Sie einfach den Gang eingelegt lassen, aber gleichzeitig im Anschluss den Motor ausschalten. Dann springt der Gang automatisch über in die Parkposition. Sie können das Ganze auch überprüfen und das ist auch gewünscht und das empfehle ich auch jedem. Sie müssen einfach in Ihr Kombi-Instrument achten und dann sehen Sie, wie automatisch, wenn Sie den Motor ausmachen, der Gang überspringt in die Parkposition. Und das ist so die Schwierigkeit unter Anführungszeichen, wie man bei unserem Doppelkupplungsgetriebe die Parkposition einlegt. Okay, dann wollen wir das Thema Griechen unter Anführungszeichen gemeinsam jetzt versuchen zu erklären oder ich versuche es zu erklären. Wichtig einmal zu wissen ist, dass unser Getriebe kein Automatikgetriebe ist. Also hier haben wir keinen Drehmomentenwandler, wenn man den Fuß vom Gas nimmt oder von der Bremse, dass das Auto beginnt zu rollen. Nein, das ist bei uns ein bisschen anders. Wir haben ein Getriebe, was einem manuellen Getriebe angelehnt ist. Sie müssen, wie beim normalen Schaltgetriebe, gefühlvoll aufs Gas und dann haben wir sozusagen einen Low-Speed-Assistenten. Wenn Sie den Fuß vom Gas nehmen und nicht bremsen, wird das Auto so mit 4-5 kmh einfach weiter rollen. Viele haben so das Problem, das Auto beginnt zu ruckeln, es ist so irgendwie unrhythmisch. Das ist dann meistens, wenn man dann zu viel Gas gibt, dann hat man einfach zu viel Leistung. Wichtig ist einfach kurz ein Tipp aufs Gaspedal. Low-Speed-Assistent ist aktiviert und dann fährt das Auto so mit 4-5 kmh vorwärts als auch rückwärts. Sobald Sie wieder beginnen zu bremsen, variieren Sie die Geschwindigkeit, Sie minimieren die Geschwindigkeit. Wenn Sie komplett still stehen, wie man es gewohnt ist beim normalen Schaltgetriebe, wenn man da nicht Gas gibt, fährt das Auto auch nicht weiter. Ganz unten der letzte Knopf dafür, das nennt sich Drive-Logic. Wenn Sie hier einmal draufdrücken, dann haben Sie nur einen Balken hinterlegt im Kombinstrument, nochmal draufdrücken und zwei Balken. Sobald Sie drei Balken davor finden, heißt es dann, man hat maximale Gangwechselgeschwindigkeit bzw. im Automatikmodus wird der Gang einfach ein bisschen mehr ausgedreht und nützt das komplette Drehzahlband mehr oder weniger aus und kann somit maximal beschleunigen. Vielen Dank! Vielen Dank.